Sehr geehrte Frau Stadtverordnungen, Frau Speerinnen, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte nach den Ausführungen des Oberbürgermeisters im Haushalt 2019 entschieden dagegen protestieren, dass wir hier zu Mitspielern eine Farce gemacht werden, in dem wir über Haushaltspläne beraten und entscheiden, die in Wirklichkeit so nie zu anwenden. Vielmehr können nach dem Tücken des Oberbürgermeisters hinter der demokratischen Fassade beschlossene Ausgaben, die kürzt werden, werden Auskünfte über die vorgenommenen Streichungen verweigert und die Auswahlsruhe der Stadtverordnungen und Versammlungen ausgehebt. Ich halte das für eine nicht hinnehmbare Fehlentwicklung, durch die ich nicht ganz persönlich in meinem Recht habe. Das ist keine persönliche Erklärung, Herr Gätschmann. Wenn wir Haushaltspläne, wird von den Ämtern erarbeitet, in den dezidenten Gründen abgeschrieben, Herr Gätschmann, das ist keine persönliche Erklärung. Das ist eine persönliche Erklärung. Wenn wir als Stadtverordnungen das Haushaltsruheheitsrecht genommen werden, dann ist das in der Tat eine Farce und das muss ich hier mitnehmen. Ich entziehe Ihnen, ich entziehe Ihnen, hier wird das Wort.